...n bisschen nach unten gehen, um Schildergebieter den Menschen rechtlich ja nicht viel zu früh zu erreichen. Denn das Unwettergebiet, das ist ein bisschen hinter uns und wir befinden uns an der vorderen Kante. Ja, wir hoffen, dass es uns nicht einholt und dann wird der Segen auch noch ein kleines bisschen mehr.